Warte, Hunter Xtreme, Sporta Western, Viper Urban, ne Viper Western, Viper Urban. Hallo Jäger, ja heute stelle ich euch mal ganz neue Modelle von Bergara vor, natürlich. Und zwar haben wir hier Xtreme Hunter in zwei neuen Ausführungen, super cooles Camo. Hier im oberen Bereich die dunkle, das ist die Xtreme Hunter und zwar heißt die Viper Urban. Also Viper Urban ist hier dieses besondere Camouflage und hier haben wir die Xtreme Sporta, die nennt sich Viper Western und hat also hier ein Camouflage, das etwas heller ist. Der Lauf ist auch hier natürlich Cerakoted mit einer Farbe, ich nenne das mal Sandfarben. Und ihr kennt die Xtreme Hunter, die haben wir bereits sehr viel in oder das ganze Jahr über benutzt auf Drückjachten, auf Rehweltjacht, auf alles einfach. Und das sind jetzt neue Modelle in einem neuen Outfit sozusagen. Ich persönlich mag die super gerne, dieses Camouflage. Zu den Unterschieden der beiden Waffen, natürlich neben der Farbe und dem Camouflage ganz offensichtlich. Ansonsten sind die Waffen identisch, die haben einen gefluteten Lauf, die haben 18 Zoll, die sind in den Kalibern 308 Winchester oder 6,5 Creedmoor erhältlich. Und ja, Unterschied hier, Schaftform und vor allen Dingen auch die Form hier des Pistolengriffes. Ja, bei der Sporta-Variante deutlich steiler und hier ein bisschen flacher angelegt. Ich denke, man kann das so sehen. Ansonsten wie gewohnt bei der Xtreme Hunter, 18 Zoll Lauf, gefluteter Lauf, Stainless Steel Lauf und auch alles Cerakoted hier bis zum Verschluss und auch bis zum Verschlusskopf. Also gebaut für den extremen, robusten Einsatz bei der Jagd. Bergara Performance Trigger, einstellbar von 800 bis 1600 Gramm. Standardmäßig ist der auf 1400 Gramm eingestellt. Das ist okay, aber wer es feiner möchte, kann sich den noch selber einstellen. Ja, natürlich herausnehmbariges Magazin. Drei Schuss, einen im Lauf. Natürlich hat der Lauf auch ein Mündungsgewinde, M14x1. Ja, die beiden Modelle, Xtreme Hunter, Viper Urban und Xtreme Sporter, Viper Western. Und mit einem Gewehr alleine kann man natürlich nicht jagen gehen. Deswegen haben wir uns hier schon zwei Pakete fertig gemacht, mit denen wir jetzt selber jagen gehen. Und zwar einmal hier natürlich mit Zielfernrohr und direkt ein Zweibein dran. Und hier noch die Nachtjagdlösung mit einem Wärmebildvorsatzgerät. Und ihr könnt euch freuen, wir bieten extrem viele fertige Pakete an. Auch im Rahmen der Messe in Dortmund jetzt machen wir natürlich Einsteigerpakete. Also mit Zweibein, mit Zielfernrohr oder eben auch komplett mit Wärmebildvorsatzgerät. Wer das möchte. Und wir bieten natürlich auch ein spezielles Paket für Jungjäger an. Und was natürlich hier noch fehlt, ganz offensichtlich, das ist der Schalldämpfer. Den werden wir jetzt gleich montieren und dann werden wir die Waffen hier auch einschießen. Und dann geht es heute wieder direkt auf die Jagd. Das wird gut. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Vielen Dank.